hallo ich bin Max von Steinreich TV und heute baue ich mal wieder was mit euch und zwar habe ich von morgen aus meiner letzten großen Lieferung meinem letzten großen Haul habe ich die 20 201 das Beach House mit 813 Teilen waren es glaube ich das ist das was ich heute mit euch bauen werde machen wir die Packung mal auf so da liegt jetzt vor uns wir haben die Anleitung im Halbformat es ist wohl ein 3 in 1 Set wie wir es von Lego kennen ich werde dieses Haus bauen dieses hohe das finde ich jetzt nicht so spannend und das breite vielleicht ja aber ich denke ich werde dieses Haus war das ist schon aus gutem Grund dass das Hauptmodell ich werde mal gucken wie aufwendig es wäre das umzubauen aber wahrscheinlich müssen wir da alles zerlegen und ich glaube das mache ich jetzt für das Video nicht aber grundsätzlich finde ich eine schöne Idee dass die anderen Hersteller dieses 3 in 1 Konzept durchaus auch aufgreifen und da verschiedene Varianten anbieten und damit ja den den Bauspaß für zumindest für die Anleitungsbau auf jeden Fall deutlich erweitern wir haben einen kleinen Stickerbogen ja schauen wir mal ob wir es ob wir es aufbauen aufbringen wir haben zwei Bauabschnitte also nicht wahnsinnig viel neu gebautes wird komplett ausgegraut äh nein altes neu gebautes ist farbig und so weiter wir haben 114 Seiten wir scheinen irgendwie eine Beleuchtung dabei zu haben habe ich noch nicht gesehen und wir sind das hier das erste Modell braucht das sind wir schon hier fertig die hat hat nur 33 Seiten also ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel da geht es halt relativ schnell sind wir damit eigentlich durch das scheint tatsächlich zu sein dass die anderen Modelle teilweise mehr Seiten brauchen also das B Modell hier hat ganze hat fast 40 Seiten das scheint etwas aufwendiger zu sein und das C Modell hat auch 40 Seiten nur das A Modell hat 33 naja so ist das eben also das ist der Plan schauen wir mal wie gesagt zwei Bauabschnitte da ist die Beleuchtung das ist halt einfach eine Batteriebox und und so ein LED Strang mehr ist das nicht also jetzt nix nix wo man wo man Begeisterung verspüren würde wahrscheinlich aber immerhin ist was dabei das ist doch auch was genau also legen wir los so ganz kurz das Zwischenvideo ich habe jetzt hier mal die Grundplatte gebaut das ist ein bisschen erhöht haben wir hier so ein kleines Podest gebaut hier für das eigentliche Haus dann haben wir hier einen Tisch gebaut mit einer Glasplatte dann hier sowas sowas wie der Bar mit Hockern oder auf jeden Fall so ein Tresen was das da ist weiß ich noch nicht ja das scheint mir eine Lampe zu sein oder irgendwas hier haben wir zwei Frösche ähm ja was alles so genau darstellen soll ist teilweise mir nicht ganz klar ähm hier sind natürlich auch nochmal Barhocker eine Riesenflasche im Vergleich zum Rest ähm ich hab mir fehlt ein ein Darkblue äh 1x1 Round Plate also hier hab ich eine von meinen eigenen verwendet ähm die fehlt mir hier die hab ich nicht gefunden äh obwohl ich sogar eine Tüte zu viel aufgerissen hab weil das ist nämlich hier eine Zweiertüte eigentlich also keine Ahnung aber ansonsten bisher läuft's eigentlich recht schön äh ist alles ein bisschen kleiner wie ich es mir vorgestellt hab muss ich sagen aber aber bisher gefällt es mir durchaus so der erste Baubschnitt ist jetzt fertig Ich habe jetzt hier das Erdgeschoss fertig, hier vorne sehen wir auch schon die ersten zwei Aufkleber, hier die Karte und hier einmal ein Cabin, das oben drüber steht. Also hier scheint es was zum Essen zu geben und hier ist auch die Ausgabe, hier haben wir ja wie gesagt diesen Tresen, den wir gebaut haben. Hier draußen sind ein paar Hocker und hier auf der anderen Seite auch, das sind Drucker hier auf den Fahnen, das sind keine Aufkleber und ansonsten, so sieht es jetzt hier aus, hier kann man reingucken von der Seite, da hinten ist also offen und da oben haben wir eine Möbel drauf und so weiter. Also ja, schön gemacht, in dem Fass sind die Sachen natürlich noch reingestellt, wenn man das natürlich umkippt, dann kommen die raus. So sieht es bisher aus, also baut sich, baut sich soweit schön, bin zufrieden, aber klar ist es weiterhin dieses, man merkt, dass es viele kleine Teile sind und die vielleicht deswegen gewählt worden sind, weil man dann dadurch die B und C Modelle bauen kann. Teilweise würden sich größere Plates und Bricks anbieten, aber die werden halt nicht verwendet. Wie gesagt, ich nehme an aus dem Grund, weil für B und C Modelle halt die kleineren gebraucht werden und man mit den, äh, oder mit den kleineren einfach flexibler ist. Genau, also, weiter geht's mit dem Obergeschoss. So, kurze Zwischenmeldung, ähm, bin noch nicht fertig mit dem Bauabschnitt, aber ich bin hier etwas frustriert, weil jedes Mal, wenn ich hier auf der Seite irgendwas draufbaue, dann geht mir das hier auseinander, weil hier, das Ganze hängt hier nur, ist von unten befestigt und das ist nicht stabil, das ist überhaupt nicht stabil. Und jedes Mal, wenn ich hier was aufbauen muss, dann drückt es mir das auseinander, also, seht ihr, also hier, die, diese Kante hier, die, die kommt dann immer wieder raus. Dann muss ich das, wenn ich dann irgendwie hier rein und von unten und von oben das wieder zusammen, dass das wieder hält. Ah, das ist, das ist anstrengend. Aber hier oben, hier oben, wo wir schon dabei sind. Haben wir hier so einen kleinen Concert Space, also, hier haben wir eine Box und hier haben wir einen DJ-Pult und hier haben wir eine Gitarre und einen Mic-Stand. Und, äh, ja, hier, hier einen Tisch halt und da kann man, gibt's ein bisschen Musik oder so, also, das ist schon schön gemacht. Wie gesagt, nur die Konstruktion hier, das, 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 das nervt. Das nervt echt. Hier ist so ein, so ein kleines Dach, hier ist eine Schnecke drauf, die ist lustig. Die besteht aus einer Kirsche hier vorne, als Fühler und, ja, das, das sieht ganz lustig aus. Ähm, hier das Grünzeug, das, äh, Vogelhaus, das, äh, ist leider nicht wirklich auf einer, äh, die hat keine, keine Friktion, die, der Pin, der hier in der Wand steckt. Und, das, äh, bewegt sich halt ein bisschen hin und her. Ja, soweit sind wir jetzt hier. Jetzt kommt hier der, der, der Strommast und, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Musik 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 Und fertig ist es, das Beach House D20 201 von Mark, oder X Mark, ich weiß gar nicht, äh, es heißt, glaube ich, X Mark, aber ich sage es immer Mark dazu. Äh, das A-Modell, das, äh, das erste Modell in der Anleitung, es gibt insgesamt drei Modelle, die man aus den Steinen machen kann. Hier liegen noch ein paar, hier liegen noch zwei Türrahmen und zwei Fenster dafür und so ein bisschen anderes Kleinzeug, hier nochmal so ein, so ein Palmenblatt. Ähm, also es ist noch nicht, äh, alles aufgebraucht, aber das meiste schon. Also, ich muss sagen, das Ding ist nicht sehr stabil, vor allem beim Bau hat es mich in den Wahnsinn getrieben teilweise, aber wir kommen wir gleich dazu. Also, gehen wir mal hier so durch. So, schön drehen. Ist mir irgendwas runtergefallen, ich weiß gar nicht, wo das hingehört. Irgendwo hier. Hm, ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist. So, haben wir hier so einen Strommasten, hier Kabel dran. Ähm, hier dieses Patio finde ich ganz schön, die, die Terrasse da mit diesen, diesen Holzdingern da oben drüber, so ein bisschen grün drauf, das finde ich schön gemacht. Nicht super stabil, aber okay. Also, hier oben ist einfach nochmal so Sitzgelegenheit, ein Tisch, was zum, zum schönen Sitzen, genau. So, so sieht es aus. Also, grundsätzlich schönes Ding, alles gut. Ähm, Steine sind okay. Ein bisschen schwer gängig teilweise, aber eigentlich okay. Ähm, Design finde ich, also optisch finde ich es auch schön. Es sind öfters mal kleine Teile verwendet worden, wo man vielleicht bessere, größere verwendet hätte. Habe ich ja schon erwähnt. Ähm, ob das daran liegt, dass die damit auch ein B- und C-Modell bauen müssen und deswegen die kleineren Steine gewählt wurden, oder weil man die, die Teile Zahl in die Höhe treiben wollte oder weil man den Effekt haben wollte, dass da, dass da, ähm, Unterbrechungen sind, dass das mehr wie ein Mauerberg wirkt oder sowas. Das kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen. Ich stecke nicht da drin. Aber es macht das Ganze teils sehr instabil. Wie gesagt, ich habe da unten, diese Plate, die wird nur von oben gehalten und jedes Mal, wenn man von oben was drauf baut, sackt die runter. Ist ein Problem. Wenn man weiß, kann man versuchen, hier immer dagegen zu halten. Geht nicht so ideal, weil die Steine teilweise ein bisschen schwergängig sind. Wenn das jetzt leichtgängige Steine gewesen wären, hätte ich da wahrscheinlich überhaupt nicht groß drüber gemeckert. Aber in dem Fall, weil man richtig mit Kraft andrücken muss, ist es ein Problem. Das gleiche gilt hier für diese Dächer, die auch mit Kraft in die Sieglams reingedrückt werden müssen. Also hier oben sind vier Sieglams, die das Dach halten. Mir ist das Stockwerk drunter zerbröselt. Da habe ich echt geflucht, weil ich auch nicht wirklich eine Möglichkeit hatte, das vernünftig festzuhalten, um das zu verhindern. Geht schon, aber es sollte eigentlich nicht so zerbrechlich, so instabil sein bei einem Set, das kommerziell verkauft wird. Das ist meine Meinung. Die Farben in der Anleitung, da braucht man nicht drüber diskutieren. Die sind manchmal ein bisschen meh. Vor allem hier bei diesen komischen Sonderfarben, dieses Zurkis oder was das ist, da wird es echt schwer, das zu unterscheiden. Aber es gibt ja nur die Farbe dann und dann ist okay. Kriegt man hin. Es ist natürlich nicht Minifigurenmaßstab. Sollte einem klar sein, spätestens wenn man hier die Hocke hier vorne sieht. Die sind halt echt Mikro. Aber dafür sind die Türen wieder Minifigurenmaßstab. Und die Stockwerkhöhe, also das passt irgendwie auch nicht so hundertprozentig zusammen. Das ist ein bisschen seltsam. Was ist mir jetzt runtergefahren? Achso, hier wollte ich sagen, Hilfe. Das sollen eigentlich alles so silberglänzende Teile sein. Der ist halt völlig anders, wie die anderen beiden. Machst du es scharf. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Aber es sind halt auch so Sachen, die dann auffallen. Wo man dann denkt, hm, jetzt auch nicht ideal und so. Aber es gibt dramatischere Sachen. Ja, das mit der Stabilität ist an allen Stellen ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich so der größte Punkt hier. Also, das ist nichts zum Spielen. Es ist einfach nichts zum Spielen, weil man kann es eigentlich nirgends richtig anfassen. Weil überall dann irgendwas durchhängt oder abgeht. Weil es halt auch so kleinteilig gebaut ist. Das ist mit einer der größten Probleme oder eins der größten Probleme hier. Ja. Die Optik nachher, ich finde es hübsch. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich tue mir da ein bisschen schwer. Ja, einfach, weil ich jetzt beim Bau kein... Am Anfang hatte ich richtig Freude noch dran. Im Prinzip bis zum Ende vom Erdgeschoss. Und dann haben die Probleme angefangen und dann habe ich mich geärgert und dann war ich genervt. Aber wenn es mal steht, sieht es eigentlich gut aus, finde ich. Also, hm? Eigentlich ganz niedlich. Denke ich. Naja. Macht raus, was ihr wollt. Das ist meine Erfahrung damit gewesen, grundsätzlich hübsch anzusehen, schwierig zu bauen. Jetzt... Ich hab keine... Ich wollte eigentlich, hab ich gedacht am Anfang, ähm... Schreibt mir in die Kommentare, ob ich die B- und C-Modelle noch bauen soll. Aber ich hab ehrlich gesagt nicht wirklich Lust drauf. Ihr könnt es trotzdem machen, schreibt es in die Kommentare. Ähm... Wenn es... Wenn es eine große Mehrheit gibt, die ich es sehen will... Aber... So viele kommentieren eh nicht. Ähm... Dann baue ich die noch. Ansonsten... Ähm... Was ist das jetzt hier mit diesem Modell? Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ähm... So schlimm war es nicht. Aber, äh... Hätte... Hätte einfach noch ein bisschen... Ein bisschen, äh... Mehr Spaß machen können. Und jetzt, wie gesagt, ich hab keine Lust mehr. Ähm... Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Lust, weitere Videos von mir zu sehen. Dann schaut gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Abo da. Äh... Lasst mir ein Kommentar da. Wie gesagt, äh... Schreibt mir, wenn ihr noch mehr von diesem Modell sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV. Tschüss! Tschüss! jo- Untertitelung des ZDF, 2020